Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Irrgarten, Freunde, der Irrgarten. Er wird mich dieses Mal beschützen. Abspruch! Wuhu! Okay, eine andere Person, zwei andere Personen, okay. So viele. Freund oder Feind? Er ist zuerst da unten. Bitte sei Freund. Er ist kein Freund. Scheiße. Nein! Er hat die Waffe! Er hat die Waffe! Spring! 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 Wuhu! Wuhu! Nein! Was machst du denn? Wuhu! Wo ist er hin? Flüchtet, okay. Ich flüchte auch. Ja, noch 10 AP. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ist mir egal, ich töte ihn! Komm schon, explodier! Ich hab sie beide getötet. Ich bin da weiter raufgegangen, ist mir egal. Ich hab sie gekauft. Oh Mann. Gut, wir sind wieder hier bei der Stadt. Welches Haus nehme ich? Ich muss ich das Bürgerhaus nehmen, oder? Das ist ne Waffe. Guten Tag! Wuhu! Es gibt keinen, komm von mir, Bro! Ein Kill für mich? Ich hab ne goldene Truhe gehört. Scheiße, ich bin alleine in der Stadt! Hier ist jemand. Das ist nicht dein Ernst! Ich hab mir ne Granate ausgenockt. Egal. Besteck mich hier. In der Badewanne. In die Badewanne. Nein, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt! Oh! Ab zum Bauernhof, Freunde! Ab zum Bauernhof! Vielleicht hab ich dieses Jahr ein bisschen mehr Glück. Hab ich dieses Jahr gesagt oder dieses Mal? Egal, wir nehmen das große Haus dahinten. Ist mir egal. Ich war schon mal in der Scheune. Die Scheune ist kacke. Auch wenn da eigentlich... Könnte eigentlich ne goldene Truhe sein. Ich glaub, die war hinten links in Ecke, ne? Probieren wir es mal damit. Ich hoffe, wir landen wenigstens ein paar Freunde. Ich so, wie das eine Mal, wo ich ganz alleine war. War so traurig. Oh, daneben. Einfach springen. Und schießen. Klagen. Wuhu! Ich bin zwar halb tot, aber ich hab' ihn. Und eventuell kann ich das Ganze noch heißen. Muss einfach nur vorsichtig sein. Und den da töten. Und den da töten. Ich hab' nicht so viel Leben! Ich hab' wieder einen falschen Knopf gedrückt. Dankeschön. Ich hab' ihn auch. ist toll aber ich bin viel zu hoch gestalt scheiße ich muss auf den berg unter oder wir landen irgendwo anders ich meine guckt euch an jetzt hätte jemand den puste blumen ausgepustet ausgeblutet wollte ich schon sagen ich baue nur ein kleines nebenhäuschen nehmen wir die kleine hütte hier ist eine billige garage zero egal in der schrotflitte holt euch die schlappe sehr schön einer weniger okay ich habe nicht mehr viel munition ich sag gar nichts vielleicht finde ich hier noch irgendwo was ich brauche eigentlich nur schrot munition um zu überleben und ich glaube auch da hinten ist noch einer okay wir müssen uns da hinten hinschleichen oder zumindest ein bisschen munition sammeln mit drei schuss ich komme da nicht weit mit ein versteck wenn nichts drin ist okay wir sind gleich direkt neben dem auge neben dem sturm auge des sturms augen stammt ja ich helfe danke medikett nehme ich munition nehme ich war natürlich keine schrot munition dabei ne ok alles gut bin ich hier safe ah ich habe schon 2g selder wo kam das mit meinen billigen zwei schuss kann ich doch nichts ausrichten hey mr florsch ich hoffe auf dinge zu klauen von meinem tisch ich weiß da geht übelst die party ab die stunde etwas zum wehren aber ich kann momentan halt wenig machen ok jetzt kann ich da hinten aber helfen aber jetzt zumindest die pistole bisschen was zum helfen besser als gar nichts muss mich gut umschauen ach der ist doch umzingelt was soll der denn schon machen der ist bestimmt in dem haus hier drin ne wurde der benge jetzt gewunden ich glaube schon na gut verziehen wir uns hier oder vielleicht gehe ich doch nochmal rein einfach nur um sicherzustellen ob hier jetzt jemand hoch drin ist er hat mich ein bisschen erschreckt muss ich zugeben ok reden wir weg ich habe zwar schon eine schrotflitte aber keine grüne dankeschön oh ich habe hier einen schuss mehr ist ja cool nice 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 so lobe ich mir das da hinten holy shit wenn das mal nicht gut war dann weiß ich auch nicht hey das ist mein kill dankeschön 3 kills für mich ah 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 ich sehe Waffen ich habe zwar keine munition jetzt aber für mich nehmt sie nehmt sie nimm wenigstens das sturmgewehr naja ein sturmgewehr 3 kills freunde 3 kills höchstleistung höchstleistung habt ihr das gesehen wie ich mit der pistole fertig gemacht habe vom weiten aus der entwärmung boom schon war er weg ja gut ich verlasse mal die truppe und gucke ob ich andererseits wo was finde jetzt geht der sturm sowieso los jetzt müssen wir uns eh langsam so verziehen ich meine drei minuten bis der sturm jetzt hier an meiner stelle ist ja gut zweieinhalb minuten bis er 2 minuten und 30 40 sekunden 50 sekunden bis er hier ist nicht so schlimm fakt ist wir laufen auf eine schlechte stelle zu und das ist der loot lake da könnten sich viele feinde befinden ich habe zwar eine heilung das bringt mir nichts wenn ich aber auf dem boden liege da gerade ein busch aufgeploppt es gibt hier tarnung da kann man sich als busch tarnen den busch gucken wir uns mal näher an ne ist ein falscher busch oder ein echter echter falscher nicht der den ich gesucht habe wird hier geschossen da hat wahrscheinlich irgendjemand in luft geschossen und alle sind aufgeregt geworden ich sehe ihn ok von hier aus was zu treffen wird unmöglich sein wir müssen einfach näher ans geschehen ran wenn ich hier jetzt rum baller und meine ganze munition vorballer ist das auch ein bisschen kacke ne oh gott das war close na komm ja ja zweimal ok viel leben kann er nicht mehr haben nice insofern den keiner wiederbelebt wird der kill mir gehören ich habe da jetzt nämlich keinen bock hin zu laufen obwohl das dann mein vierter kill wäre ne ah mein kollege dürfte ihn gekillt haben weil die dürften ihn gekillt haben ist er dann versteckt sich da irgendwo das finde ich kacke weißt du ich noch hinaus oh ich habe den kill bekommen nice ist doch nicht unfair ja wir haben ihn gefunden guck mal steht 28 22 aber das ist mein verdienst wenn ich vier kills habe ahaha da hinten wird doch ich glaube mit der sniper geschossen niemand würde einfach so einen sniper verschwenden oder das finde ich übrigens sehr gut an diesem spiel man hört tatsächlich wo die schüsse überall herkommen wenn man natürlich richtiges Headset auf dem Kopf hat also von der Lein kommt es natürlich nicht was geht denn da ab ok hi bro nein leute seid ihr behindert oder was wieso könnt ihr er sieht mich nicht er sieht mich nicht er sieht mich nicht ich rette meinen kollegen in dem ich einfach runterspringe oh mein gott ok schade die letzte runde war echt gut ja wir befinden uns jetzt in L9 und wir springen auf den Berg dahinten woanders hinzugehen und nicht immer zu sterben ich meine ihr merkt das ja nicht weil ich das gar nicht erst reinschneide wie ich sterbe aber ich sterbe ok oh endlich mal eine vernünftige Waffe wo ich nicht mein Leben lang kämpfen musste eine Pistole ja für den Fernkampf vielleicht ein bisschen ja das ist für den Nahkampf geeignet oh noch eine grüne Pistole ja für den Nahkampf geeignet die ist ja für den Fernkampf geeignet wuuu andersrum eine Schottkart für den Nahkampf ganz viele Nahkampf und Fernkampf waffen oh Munition nice jetzt ist der Zero glücklich ich bin alleine ich bin ich bin ganz alleine ok das einzige was ich machen kann um zu helfen ist in die nahe gelegene Stadt zu reisen die da komm geben wir unser Bestes Autsch ich hab schon 10 AP verloren coole Sache ich bin so am Arsch ich hab nix ich hab ne Shotgun und ne Pistole meine Rest hab ich jetzt weggeworfen weil es sowieso unnütz ist oh Kiste ich hab ne Kiste und ein Stromgewehr hab ich auch gefunden ok kein Gegner in der Nähe übrigens das steht 36 zu 39 wir sind ein bisschen im Nachteil aber das kriegen wir schon hin ich meine ich hab mir schon mal 4 Kills gerissen das kriegen wir doch nochmal hin ah ich bin schon wieder auf der falschen Seite Sturmgewehr Salve hab ich schon einen ne? Egal soo nun bin ich gewappnet gegen Gegner da hinten rind einer rum zwei rum da ist ein Gegner ich bin ein Assassine ich bin ein Assassine ich bin ein Gott dem Assassine ich bin ein Gott dem Assassine jetzt komm ich Bro ha 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 ich bin so'n Feindling ist das gut Sturmgewehr oh ist ja noch besser nein ich bin der Assassine eine neue Runde eine neue Runde ein neues Glück war das richtiges Deutsch? ich hab keine Ahnung jedenfalls wir landen in irgendeiner Stadt haben ein bisschen Spaß WUHU ist das nicht der Bauernhof oder? nein das ist nicht der Bauernhof alles gut ich bin in den letzten Runden immer in der Pampa gelandet hat nicht so cool funktioniert weil es ziemlich ziemlich langweilig war und deswegen lande ich jetzt wieder in der Stadt wir haben ein bisschen Action ich weiß ich könnte auch den Solo-Modus spielen der hat ein bisschen mehr Action aber der hat mir ein bisschen zu viel Action momentan ich muss erst mal noch gut werden oh wo lande ich denn am besten? da ist ne Waffe ok oh Freunde über Freunde das freut mich ist hier überhaupt irgendein Gegner gelandet? manchmal glaube ich die Gegner landen nicht da wo ich bin oh mit der Pumpgang auf zur Bank ja wo sind die Gegner? ok da hinten wird schon mal schön geschossen schnell hinter ich höre die Kiste aber mein Kollege wird das von dem kriegen ich bin hier um zu helfen ich glaube es hat eine getolerin gegeben ich 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 freund hier wenn hier keine sorge so manchmal ist es sogar ein fehler jemanden zu resten weil du einfach von hinten erschossen wirst aufwesens ist es bekommen ich hoffe es doch wir werden mit drauf gewandert habe ich jetzt wieder belebt hätte sagen könnte es dann immer noch ist ja cool also keine gegner gelandet oder sie verstecken sich und sturmgewehr ja wieso nicht nur granaten gut wir sind ausgerüstet der sturm kommt und ich bin noch nicht ansatzweise da ich gehe erst mal hier rein ich weiß nicht ob hier jemand drin ist ich habe da hinten als ich hier auf dem weg war gesehen dass ein baum umgefallen ist hier um die ecke dürfte meinen das interessiert niemanden aber mich schon denn dann hat ihn jemand abgeholzt ich werde jetzt einfach diese apparatur nutzen da kommt fall oben dreck ok rennen wir hin die müssen da sowieso weg wenn der sturm kommt spätestens dann der typ hat nicht mehr viel leben da ist noch jemand hinterläuft sowieso glaube ich weg nein ich glaube er leute rückwärts ich hoffe es will schnappt euch jeden einzelnen also ich habe so viel der mensch da reingehauen zeit für ein paar granaten ohja einer ist weg noch einer ist weg die sturmgewehr ist eigentlich kann ich mal so schlecht das sollte ich öfters nutzen so ihr könnt euch nicht verkriechen das sind schon mal zwei auf meine kappe freundin 2 munition nice ich wollte wissen dass es ein assist haben so versteckt sich jedoch einer ich habe ja eigentlich abgeballert wer ist verdammt weit gekochen oder ich weiß auch nicht jetzt sind hier noch welche auch dort ja da haben wir sie ganz schön dezimiert aber steht immer noch 19 zu 19 WTF na egal jetzt habe ich eine hübsche waffe ich habe das sturmgewehr fallen lassen dafür ich fand das eigentlich ganz cool also für mittlere reichweite ist es schon nicht schlecht wenn das hier eher so für mittelweite reichweite ist und holy shit ich muss mich jetzt beeilen ich habe nicht mein leben verloren das werde ich schaffen ich kann das schaffen vor allem unsere 19 leute sind einfach genau da ihr wollt ihr wirklich rein na wenn wir das sichern können das auge des sturms hier sein wird wie soll ich aufzuschießen ich bin doch kein gegner so na gut ich glaube aber ja wir müssen weiter wir müssen weiter jungs 16 17 ja ein großteil wird es wahrscheinlich nicht überleben es ist mein wald ich bin im heimvorteil ist doch mein wald oder ist mein wald und da ist jemand scheiße verloren da rennt er ich habe ihn getroffen nice das wird schon mal ein bisschen helfen ja er ist da er ist da ihr habt ihn euch 14 13 wir kriegen das hin der ist oben auf dem baum gelandet nice jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich komm schon oh gott oh gott oh gott da wohne ich niedergestreckt okay einer weniger sehr schön noch einer weniger wir müssen auch dafür sorgen dass unsere leute da bleiben damit wir es definitiv schaffen leute belebt einfach alles wieder geht das damit schneller wer wirst zu zweit machen das wäre cool sieben leute noch da wir brauchen jeden mann an dieser stelle jeden einzelnen go 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 wie viel looter liegt okay schrumpflinte und ab geht's okay ich werde sie flankieren nein 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 tötet sie doch meine fresse ach so das sind unsere sorry nein 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 scheiße ich verstecke mich hier dass ich wiederbelebt werden kann der kann doch jetzt nicht alle töten von uns der eine tötet einfach alle von uns oh mein gott 43 er sieht mich nicht ich bin tot ich bin tot ich bin tot rettet mich wie konnte das passieren okay wir schauen uns das ändern 2 zu 2 ach du scheiße die haben einfach alle getötet das ist doch nicht der in ernst meine fresse ach ich habe mir so viel mühe gegeben und dann kommt da jemand wer das nicht jemanden heile ich hätte das ganze richtig reißen können ich hätte es reißen können werde ich diesen der am boden liegt noch töten können dann wäre es noch einer gewesen einer gegen zwei scheiße na gut leute baut euch auf reißt es vier sekunden wird das ganze scheiße der eine wird sich überleben oder oh oh nice 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 einer übrig ich habe schon zwei gegen einen in noch eine minute bis es kleiner wird da liegt noch eine goldene waffe wo ist der letzte komm schon reißt das für das team man für das team da ist der gegner er baut sich auf scheiße ah er hat einen guten platz erwischt nein alter hörst du die rakete nicht es wird gleich kleiner leute ihr müsst ihr müsst ihn bombardieren ihr seid zu zweit er ist alleine macht doch einfach den scheiß kaputt das ist weil er versucht zu snipern er versucht zu snipern bis jetzt nein er versucht zu snipern ja das ist die richtige das ist das ist das ist richtig eine haut weg der andere tötet keine munition mehr er hat einfach keine scheiß munition mehr und jetzt kommt auch noch die wand näher jetzt hör auf zu snipern man hör doch einfach auf zu snipern stürmt ihn ihr seid zu zweit ihr habt schrotflinten stürmen 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 die kriegen ihn naja endlich halleluja endlich WTF ist mit euch nicht in ordnung sag mal rennt doch rein ihr seid zu zweit gehört du ollut diese die